Gefälschte Wohnungsanzeigen, die dazu dienen, dich abzuzocken? Ich erkläre dir, wie sie aussehen und was du dagegen tun kannst. Hallo, ich bin Tom. Das LKA Baden-Württemberg warnt vor Betrug mit Wohnungsanzeigen und rät zur Vorsicht bei den großen Immobilien- und Wohnungsportalen im Internet. Denn am häufigsten werden die folgenden Maschen in den Portalen durchgeführt. Jetzt erkläre ich dir die häufigsten Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle versuchen, mit gefälschten Wohnungsanzeigen Geld zu machen. Außerdem gebe ich dir ein paar Tipps, wie du gefälschte Immobilienanzeigen erkennen und dich davor schützen kannst. Erstens. Eine der am häufigsten angewendeten Betrugsmaschen ist die Vorauszahlung. Der vermeintliche Eigentümer meldet sich bei dir und teilt dir mit, dass er im Ausland ist oder anderweitig verhindert ist und deshalb nicht persönlich zur Besichtigung kommen kann. Er bietet aber an, dir die Schlüssel für die Wohnungsbesichtigung per Post- bzw. Paketdienst zuzuschicken oder über einen Dritten zu übergeben. Als Sicherheit sollst du vorab Geld überweisen, oft auf ein ausländisches Konto. Nach der Überweisung bekommst du aber weder einen passenden Wohnungsschlüssel noch eine Antwort vom Vermieter, denn diesen hat es niemals gegeben. Und du bist dein Geld los, da du weder stimmende Kontaktdaten noch einen anderen Hinweis auf die Identität des Täters hast. Bei Überweisung bleiben die Banken nämlich im Gegensatz zur Lastschrift oft stur. Das Zurückholen des Geldes ist oft, wenn überhaupt möglich, ein zu langer Prozess. Bis dahin ist das Konto der Gegenseite schon leer oder nicht mehr existent. Zweitens. Eine weitere bei den Betrügern beliebte Masche ist die Zahlung per Nachnahme. Auch wenn der Vermieter dir zunächst den Wohnungsschlüssel zuschickt, solltest du auf keinen Fall Geld überweisen, bevor du die Wohnung nicht besichtigt hast und weißt, dass der Schlüssel passt. Wenn der Schlüssel per Nachnahme geschickt wird, bleibst du, wenn du das Paket oder den Brief annimmst, auf jeden Fall auf der Nachnahmegebühr sitzen, die natürlich höher ist als die Kosten des Versands. Du bezahlst quasi per Nachnahme eine Kaution. Spätestens an dieser Stelle solltest du stutzig werden. Außerdem ist nicht gesagt, dass der Schlüssel überhaupt ins Schloss passt oder einer im Päckchen ist oder ob die beworbene Immobilie überhaupt existiert. Drittens. Manchmal wird dir eine Wohnung auch direkt zur Miete angeboten, ohne dass du sie bisher betreten und besichtigt hast. Oder die Wohnung wird von dir besichtigt und du erhältst sofort danach eine Zusage. Als Gegenleistung möchten die Täter aber vor dem Unterschreiben des Mietvertrages eine Kaution von dir. Ist das Geld überwiesen, fehlt von dem vermeintlichen Vermieter jede Spur und du bist der Depp. Jeder sollte wissen, dass eine Mietkaution immer erst nach Abschluss des Mietvertrages, immer erst zu dem Zeitpunkt, an dem das Mietverhältnis vereinbarungsgemäß beginnen soll, fällig wird. Niemals vorher. Sollte vorher jemand eine Kaution, Gebühr oder sonst was von dir verlangen, solltest du die Finger von der Wohnung lassen, egal wie verlockend sie ist und was für ein vermeintlich tolles Schnäppchen. Denn das ist sie nicht umsonst. Du solltest auch stutzig werden, wenn du einen Vertrag angeboten bekommst, ohne die Wohnung gesehen zu haben, ohne dass du persönlich mit jemandem gesprochen hast. Laut Verbraucherzentrale gibt es keine genauen Statistiken darüber, wie oft solche Fälle vorkommen. Sie warnt aber ausdrücklich davor und bittet darum, dass wir unser Hirn einschalten, auch wenn versucht wird, es mit tollen, verlockenden Angeboten zu deaktivieren. So, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. So, ciao.